Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen seit Ewigkeiten zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider. Ähm, ja, ich hatte ja eine kleine Pause gemacht. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Das waren... Äh, so war Pistole, genau. Schrotflinte hatten wir und Bogen, genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wir alle stehen geblieben sind. Ich hatte ja eine kleine Pause gemacht, wie ich schon gerade gesagt. Und jetzt geht's wieder los, endlich. Ich denke, ihr habt das erwartet. Ihr habt euch schon darauf gefreut. Spre... äh, was? Ah, okay. Ähm. Höh! Okay. Oh, 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 ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen. Spreng, Lara. Dorthin. Dort oben hoch. Und, ähm, ja, ja, ich erzähl gleich weiter. Ich hätte vielleicht vorher erzählen sollen, bevor ich hier weiterspiele, komplett, aber okay. Huuuah! Ähm, was? Okay. Das war scheiße. Ähm, genau, wie gesagt. Ähm, ja. Ja, ich hab jetzt wieder ein neues Headset, weil mein Headset in der Zeit auch kaputt gegangen ist. Äh, war ein bisschen problematisch. Ähm, ich hab mir das gleiche wieder geholt, wie ich jetzt vorher auch schon hatte. Weil mir das eigentlich schon ziemlich gut gefallen hat. Wieso komm ich da nicht ran? Ich komm mal da oben nicht ran, das ist kacke. Ähm. Ja, ich hatte nur noch auf einem, oh, Sound von dem Headset. Deswegen. Und. Oh Gott. Nice. Deswegen hab ich mir, ja, konnte ich nicht aufnehmen, weil ich halt nur Boxen gehört hab. Und dann konnte ich das mit dem Sound nicht einpegeln. Alter. Okay. Okay. Ich erzähl gleich weiter. Okay, komm. Nein, Alter, ich krieg's nicht hin. Okay. Huh. So, außer Übung. So, wo war ich stehen geblieben? Irgendwas. Irgendwo war ich stehen geblieben. Ich weiß nicht mehr wo. Äh, genau. Mein Headset hat nur noch auf einem Sound Ohr. Äh, einem Ohr Sound. Einem Sound Ohr. Alter, was ist denn mit mir falsch? Ich bräuchte Feuer. Wo ist hier Feuer? Wahrscheinlich irgendwo da oben, oder? Ähm. Ja. Deswegen konnte ich das nicht einpegeln und so mit den Boxen und wie's das. Und. Ja, ich hab jetzt auch endlich wieder die Zeit, dass ich aufnehmen kann. Hab ich hier kein Feuer? Ich hab Feuer. Und deswegen kommen jetzt wieder Let's Plays. Ich will hier runter. Danke. Ich muss das mit Feuer aufmachen, oder nicht? Ja. Allo, stimmt. Ich kann ja so Feuer machen. Ähm. Wo war ich denn jetzt? Mann. Ich. Egal. Ja. Endlich wieder Tom Brader. Mehr ist. Egal. Hier kann ich nicht ausrauben. Toll. Ausrauben. Äh. Ich mein, Sachen nehmen. Ups. Moment. Ich brauch den Bogen einmal. Kann ich das nicht kaputt machen? Kann ich das nicht irgendwie... Konnte ich das nicht kaputt machen? Na, wie es aussieht, nicht. Toll. Ähm. Ja. Ich hoffe, es ist jetzt alles auch mit dem Sound okay. Ist wie gesagt schon eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Dass ich irgendwas in der Art gemacht habe. Von Let's Plays her. Deswegen hoffe ich, dass das wieder alles okay ist. Ähm. Ich werde auch... Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm. Er kann aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich hab den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Das war ein cooles Thumbnail. Auf jeden Fall. Ähm. Wo war ich denn jetzt? Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Fähigkeiten. Wir haben keine Fähigkeitspunkte. Aber wir könnten vielleicht eine Waffe aufrüsten. Ich weiß es nicht mehr. Das ist irrational. Hm. Du weißt, das ist irrational. Hier von nichts. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ich muss etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen. Einen anderen Landepunkt zwischen. Lara's Tagebücher. Ah, Set aktualisiert. Okay. Ähm. Ja, ich hoffe, das mit dem Sound ist alles okay. Wie gesagt, ist halt echt sehr lange her. Und genau, was ich sagen wollte. Ich werde mir demnächst auch... Ich werde meinen Rechner wieder ein bisschen aufrüsten. Neue Grafikkarte, neuer Prozessor, neues Motherboard und neues Netzteil. Dauert noch ein bisschen, bis ich mir das holen kann, alles. Aber es wird im Laufe der Zeit... Oh, fuck. Alles aufgerüstet. Oh Gott. Okay. Äh, linke Maustaste. Okay, gut. Lol. Seil. Neu Ausrüstung erhalten. Okay, cool. Ah, jetzt habe ich's. Ja, was? Ach, mittlere Maustaste. Und jetzt ziehen. Okay. Da oben sind noch welche. Die war das Ranzoomen mit Y. Genau. Der ist tot. Der muss noch... Da oben noch irgendwo. Da ist noch einer. Shit. Da ist er. Ich glaube, meine Mausgeschwindigkeit ist ein bisschen zu hoch. Okay. Noch irgendwo? Es muss einen Weg nach oben geben. Das ist so cool. Das ist so cool. Okay, cool. Waffenmodifizierung verfügbar. Okay, schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Ähm. Kann ich das noch näher ranholen? Ich kann's halt rumwackeln lassen. Ja, wow. Okay. Will ich da runter? Kann ich da wieder hoch? Ich weiß es gar nicht. Doch, hier könnte ich dann wieder hoch. Aber erst öblich da hinten. Hin. Nice. Okay. Was haben wir bekommen? Erfahrungspunkte? Oder? Hä? Okay. So, was ist es hier? Ich weiß es nicht genau. Ah, Bergung ist gut. Okay, schön. Hier kann ich mit der Dings hoch, ne? Nee, kann ich nicht. Hä? Welche Wände waren das nochmal? Oh Mann. Das ist so lange her, Leute. Das ist so verdammt lange her. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht unbedingt super. Da ist nichts drin. Okay, kannst du nicht ein bisschen schneller laufen? Hier ist, glaube ich, auch nichts wirklich Gutes. Da könnte ich hoch. Oder? Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Okay, schade. Dann gehen wir hier wieder hoch. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hin. Ach, da oben. Das kann ich runterreißen. Zack. Und Zillera. Achso, dann... Ah, ich muss also... Moment. Hier? Nee, das kann ich nicht. Okay, das geht nicht. Das funktioniert nicht so. Jetzt fallen hier die ganzen Sachen runter. Okay. Muss ich denn doch dieses Dings hier nutzen? Um dann irgendwie... Nee, das macht ja auch keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Weiß es nicht. Ich muss das jetzt hier nochmal... ...ranziehen. Bringt es mir eigentlich nichts, weil ich da nicht rauf kann, oder? Moment, ich bin verwirrt. So ein bisschen. Ähm. Ja, das kann ich noch irgendwie runterziehen. Ja, kaputt machen. Toll. Das kann ich auch nochmal kaputt machen. Gibt es hier nicht sonst noch irgendwas da oben? Nein. Da hinten? Hier vielleicht? Nee. Ja, runter will ich auch nicht. Ha! Ich bin etwas leicht sehr verwirrt. Ups. So. Herziehen. Dann versuche ich das einfach gleich mal. Ah! Ah, 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 ah. Okay. Okay. Echt? Okay. Dann hat sich das alles gerade geklärt. Super. Schön, schön. Schön, schön. Ähm. Irgendwas sollte ich, glaube ich, noch erwähnen, wegen den Projekten allgemein. Also wegen... Das war... Oh Gott. Okay. Man merkt, ich bin ein wenig aus der Übung. Ich mach mal meine Mausgeschwindigkeit ein bisschen runter. Kann ich vielleicht ein bisschen besser zielen. Ja, so viel besser noch nicht, aber... Hä? Ich bin so dumm. Was ist denn mit mir? Mann! Okay, es ist die erste Aufnahme seit Ewigkeiten von Tom Brady. Wie weh, ich hab währenddessen das Spiel halt auch wieder nicht angefasst, weil... Macht Sinn, ne? Warum sollte ich das Spiel dann anfassen? Wenn ich's eh nicht aufnehme. Eeeh. Okay. Okay, schön. So, komm ich dann... Jetzt könnte ich locker nach da hinten, oder? Irgendwie. Will ich da denn hin? Und das anschieße. Nehmt das irgendwas? Ich glaube nicht. Also, lassen wir das. So, hier oben ist noch der Typ, den kann ich nochmal untersuchen. Und der Typ. Da könnte ich weiter, aber erstmal will ich hier hoch, glaube ich. Genau. Und mir hier noch ein bisschen davon schnappen. Kann ich auch bald... Wir sind voll mit Pfeilen. Habe ich nicht gerade so viele Pfeile verballert? Heilige Scheiße. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir könnten eigentlich wieder zurück ins Lager, oder? Zu diesem... Zu dem Lagerfeuer, aber... Nee. Machen wir jetzt nicht. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter. Stimmt, mit Kuh haben wir auch noch diese Sicht, ne? Was ist das hier eigentlich? Bin ich denn irgendwie... Nee. Hä? Was bringen wir dann diese Fässer? Ich weiß es nicht. So, habe ich hier unten noch irgendeine... Ich komme hier wieder hoch, ne? Ja. Gut, dann gehen wir erstmal hier runter. Und gucken mal, was es hier unten gibt. Vielleicht hinter dem Wasserfall... Irgendeine Höhle? Nein. Aber da hinten ist... Oh, jetzt lagts gerade. Okay. Gut. Jetzt geht wieder. Aber hier hinten vielleicht... Auch nicht. Okay, gut. Dann wieder hoch. Ein paar Minütchen habe ich noch zum Aufnehmen. Ich habe auch... Falls ihr das mitbekommen habt... Also, ich denke mal schon, dass ihr es gesehen habt. Mit dem Greenscreen, ich habe noch ein bisschen was geändert. Ich hoffe, das geht so. Leertaste. Ich habe meine Softbox mal nicht mehr da vorne stehen, sondern jetzt dort. Links von mir. Und... Vielleicht werde ich wieder umändern. Mal sehen. Ich gucke mal erstmal, wie das hier so mit der Aufnahme wird. Es ist jetzt... Ja, es ist halt hier. Hier ist ein bisschen doof, ne? Mein Stuhl ist halt... Zu sehr in der gleichen Farbe. Ich muss auch noch Farbe kaufen. Weil ich mir eigentlich die Wand halt ein bisschen heller grün streichen will. Weil mein Greenscreen ist ja ein bisschen sehr dunkel. Da kann ich noch was runterziehen. Oder auch nicht. Kann ich da irgendwo... Das Seil festmachen. An einem Baum wahrscheinlich, oder? Irgendwie will ich da auf jeden Fall noch hoch. Hier sind noch Pfeile, die hole ich mir schnell. Die sind voll, okay. Ähm... Ja. Ich wollte meine Wand noch grün streichen. In einem hellgrün. Weil mein Greenscreen sehr dunkel ist. Habe ich gerade gesagt. Genau. Und dann wird das vielleicht auch... Ich denke mal nicht, vielleicht so ein definitiv besser. Oder, ja, besser mit dem Greenscreen zu arbeiten. Ähm... Und dann, ja, wird das auch wieder alles anders. Kann ich meine Softbox... Oh, jetzt lag das aber mega. What the fuck ist das? Okay. Vielleicht sollte ich nicht den 60 FPS aufnehmen. Aber ich hab... Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Scheu. Ich hab sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier kommt Pilot Jessop von Kursagren 177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wiederhaben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich irrt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein. Das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Okay. Äh, was wollte ich sagen? Ne, aber jetzt. Genau, ich habe das Projekt in 60 FPS angefangen. Und dann werde ich es auch in 60 FPS zu Ende bringen. Hoffe ich zumindest. Mh, wir könnten noch mal... Was haben wir denn hier so? Das haben wir gelernt, ne? Richtig. Gemeistert. Was ist das denn? Schmutzige Tricks. Werfen sie ihre feinen Sterne und drängen ins Gesicht. Und sie... Okay. Das können wir alles nicht machen. Okay. Gucken wir mal hier. Können wir auch nichts mehr upgraden. Und hier... Hier können wir noch was machen. Okay. Das hier nicht. Aber das hier zum Beispiel. Und plündern sie Tierkadaver sorgfältig. Mehr Bergungsgut. Warte. Was? Knochensammler. Überlebenskunst. Hm. Ich mache mal das hier. Ja, komm. Neue Fähigkeit gemeistert. Super. Äh, Fähigkeit zu sagen. Befrei gestaltet. Leider ist nun abgehärt und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Ha. Cool. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön. So. Gucken wir mal hier. Ne. Hier haben wir alles fertig. Genau. Ähm. Was haben wir gemacht? Das hier könnten wir noch machen. Polsterung von... Stabilisierung der Waffe beim Feuern. Hm. Das Nachladetempo wird erhöht. Okay. Ich glaube, das Nachladetempo ist doch schon ganz geil, oder? Ja, nehmen wir mal das Nachladetempo. Erhöhen wir das mal. Ich liebe schnell nachzuladen. Deswegen. Okay. So ist das Rauchzeichen. Das ist da hinten. Oh, das dürfte eigentlich... In diesem Part schaffen wir das, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, dann beenden wir die Party jetzt auch erst mal. In zwei Minuten jetzt noch ein bisschen zu laufen. Ist, glaube ich, ein bisschen doof. Deswegen. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich gerade ein bisschen verpeilt war. Und ein bisschen schlecht. Und was auch immer. Es ist, wie gesagt... Das wird sich jetzt bald wieder legen, wenn ich mehr aufnehme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hier. Da. Da. Vielen Dank.